Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist Podcast ist echt nicht einfach. Folge 34. Absagen, absagen, absagen. Das Jahr 2020 besteht nur noch aus Absagen. Wie es weitergeht, das erfahrt ihr gleich in wenigen Sekunden. Hallo alle zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Podcast ist echt nicht einfach. Mein Name ist Dan und heute gibt es eine kleine Soloshow, weil es ist für mich gefühlt schon eine Ewigkeit her, dass ich hier vor euch trete und mit euch spreche bzw. hier in das Mikrofon reinspreche für den Podcast. Denn der letzte Podcast, Folge 33, mit Fabi, mit Fabian Bruckmeier, der ist für mich gefühlt schon zwei Wochen her. Also seit zwei Wochen habe ich keinen neuen Podcast mehr aufgenommen. Warum das so ist und wie es mit dem Kanal weitergeht und wie es überhaupt mit uns allen weitergeht, das wollen wir in der heutigen Folge so ein bisschen auseinanderklamüsern. Und beginnen möchte ich damit zu erklären, warum ich in der letzten Zeit so wenig Videos gemacht habe, so wenig Podcasts aufgenommen habe und auch gerade keinen Gast habe. Ja, also bevor alles abgesagt wurde, hatte ich nochmal ein paar Zusagen bekommen. Ich hatte das große Glück und konnte die letzten drei Wochen arbeiten und teilweise wirklich bis zum Bersten. Also ich habe nicht nur tagsüber gearbeitet, sondern teilweise zwei, drei Jobs an einem Tag gemacht, weil aus der alten Corona-Zeit, also aus dem Lockdown im Frühling, auch einfach ganz viele Termine sich in den Oktober reingeschoben haben, die jetzt alle stattgefunden haben. Und weil ich damals schon nicht wusste oder Anfang Oktober nicht absehen konnte, wie lange kann man jetzt hier überhaupt noch arbeiten gehen, wie lange ist es überhaupt noch erlaubt, für meinen Berufsstand irgendwas zu machen, war es für mich wichtig, einfach so viel wie möglich arbeiten zu gehen und rauszufinden, ja genau, kann ich noch so viel Geld mit in den Winter reinnehmen, wie nur möglich. Das habe ich getan, glücklicherweise ist alles gut vonstatten gegangen, hat alles gut funktioniert. Parallel dazu ist am 1. November Abgabedatum für die Förderanträge, für den Förderantrag von dem Fondacu, für den Fondacu, darstellende Künste. Als Jenny Paczowski hier war, haben wir darüber geredet und tatsächlich haben wir von der Kompanie mit der Weiße Knopf einen Förderantrag geschrieben für ein neues Stück, was wir sehr gerne produzieren würden jetzt im Jahr 2021. Und ich habe mich dem so ein bisschen angenommen, diesen Förderantrag auszufüllen und diesen Förderantrag irgendwie in Form zu bringen und das hat mit ganz viel Kommunikation zu tun, mit ganz vielen Menschen, die involviert sind, die ihren Part auch dazu schreiben müssen. Wir arbeiten mit einem großartigen Autor zusammen, der muss seinen Teil schreiben, der Finanzplan, was für mich eine Welt ist, die ich nicht so kenne, sonst wäre ich halt Buchhalter geworden und nicht Künstler. Mit der musste ich mich auseinandersetzen und das habe ich sozusagen dann zwischen den Zeilen gemacht. Also zwischen dem einen Job und dem anderen Job und dazwischen dann noch ein Kind abgeholt, Wäsche gewaschen, Essen gekocht und was alles so sonst so ansteht. Und als das nicht genug war, dass ich in den ersten Wochen auch wirklich viel am Arbeiten war, lange Tage auch, fast ganze Tage auf der Arbeit, jeden Tag von 9 bis 16 Uhr vor einer Meute Kinder oder Jugendlichen stehen. Und als ob das nicht genug war, ist dann auch noch mein Auto kaputt gegangen. Das ist eine eigene Story mit dem Auto, da versuche ich nachher nochmal drauf zu kommen, da habe ich nicht vergessen. Und wenn das Auto kaputt ist, nicht nur das, sondern dann streikt auch noch die KVB, also hier die Kölner Verkehrsbetriebe, die U-Bahn und die Kita streikt. Und ich finde es gut, dass die streiken. Ich finde es ja auch in Ordnung, dass die streiken, die sollen auch mehr Geld kriegen, gar keine Frage. Allerdings kam das einfach zu so einem unfassbar unpassenden Zeitpunkt, in den Herbstferien da zu streiken. Meine Frau arbeitet auch in einer Schule, das bedeutet, auch für sie waren sozusagen Herbstferien OGS, also lange Tage, musste viel arbeiten. Gleichzeitig musste ich irgendwie die ganzen Tage arbeiten und unser Kind musste irgendwo untergebracht werden. Jetzt ist die Kita zu, wohin mit dem Kind. Normalerweise wäre es gar nicht so kompliziert, denn meine Frau könnte eigentlich in so einer Herbstferienaktion, da sind nicht so viele Kinder in der Schule, könnte sie normalerweise mit in die Schule nehmen. Aber wegen Corona kann man das ja nicht machen. Da darf man ja keine externen Reihen und schon gar keine fremden Kinder und wie auch immer. Viel zu kompliziert. Ich hatte dann das große Glück, ich durfte sie dann mitnehmen auf die Arbeit. Was natürlich die Arbeit nicht einfach macht, weil man immer dann zweigepolt ist. Man denkt natürlich im Kopf auch immer schon wieder über das Kind nach. Aber das hat sie super gemacht, hat sie super mitgemacht. Und auch die Kinder vor Ort oder die Jugendlichen, bei denen ich im Jugendzentrum gearbeitet habe, haben das super aufgefangen und haben die dann so mit durchgeschleust. Hat irgendwie alles geklappt, auch mit der KVB. Ich habe mir dann irgendwie einen Freund, habe mich dann abgeholt und mit Fahrrad und bis dahin fahren und dann irgendwie geht dann irgendwie alles. So in dem ganzen Wust von Arbeiten und auch von Planen, von neuen Arbeiten, denn ich werde die nächsten zwei, drei Wochen auch unterwegs sein und noch arbeiten können. Gott sei Dank leider nicht im künstlerischen Bereich, sondern eher in einem, ich kann mal sagen, es ist so als Präventionsbereich, also eher, ja, wie nennt man das? Ja, es ist Prävention, es ist Pädagogik. Ich arbeite eher im pädagogischen Präventionsbereich als eigentlich im künstlerischen Bereich. Weil die Schulen noch offen sind, geht das auch noch und da habe ich jetzt großes Glück, das jetzt die nächsten drei Wochen noch machen zu können und Angebote zu haben. Vieles wurde aber auch abgesagt, so auch leider der Auftritt von Long John am 5. November in Detmold. Da hätten wir in der Stadthalle gespielt, haben uns sehr, sehr drauf gefreut, haben, ja, tatsächlich auch investiert in Werbung, um Leute zu akkrieren, die dann auch da hinkommen, um irgendwie Zuschauer zu bekommen in diesen heiklen, ja, in diesen heiklen Monaten, wo auch vielleicht es nicht so einfach ist, für den einen oder anderen sich wirklich zu überzeugen, zu sagen, ja, ich gehe auch tatsächlich auch ins Theater. Ich traue mich hoch und gehe ins Theater, da irgendwie noch investiert, Geld ausgegeben, um Leute zu motivieren, ins Theater zu gehen und jetzt eben der Lockdown light. Niemand darf mehr ins Theater, niemand darf mehr ins Restaurant, alles, was Spaß macht, ist verboten. Arbeiten und zur Schule gehen, das sollte man noch dürfen, alles andere ist auf ein Minimum zu reduzieren. Ja, was sagt man dazu? Es ist anders als im Frühling, ihr merkt auch vielleicht an meiner Stimmung so, ich bin gerade irgendwie ein bisschen optimistischer. Vor allem, was das Finanzielle angeht, weil ich eben jetzt gerade so ein bisschen arbeiten konnte und noch kann, aber auch nichtsdestotrotz, andere Jobs auch im November sind abgesagt worden im künstlerischen Bereich, das ist natürlich Geld, was mir fehlt, das ist schade. Ich habe aber mittlerweile sehr die Zuversicht, auch ein bisschen dank euch und dank dem YouTube-Kanal und allem, was so an Feedback rankommt, dass ich auf dem Weg bin, wo ich immer eine Lösung finden werde. Und wo es immer Möglichkeiten gibt, dann doch irgendwie etwas zu tun und über die Runden zu kommen und so erhoffe ich mir das auch und ich erhoffe mir natürlich auch, dass wir diesen Förderantrag bekommen, weil dann könnten wir uns auf jeden Fall für zwei Monate unserer Kunst widmen und dann auch mal davon leben und unsere Rechnung davon bezahlen. Also ganz spannend. Ich kann nachvollziehen, warum das gemacht wird, weil ich auch überall sehe, dass die Leute sich nicht an die Regeln halten, dass es einfach nicht so ist, dass die Leute das aktiv versuchen, sondern man merkt eher, habe ich zumindest das Gefühl, in meinem Umfeld habe ich viel mehr Kontakt plötzlich mit so Einladungen zu illegalen Partys und ich höre von Leuten, die sich getroffen haben, heimlich auf dem Feld und dis und dis. Und auch da, ich bin sehr zwiegespalt. In einer anderen Lebensphase hätte man mich vielleicht auch erwischt und ich wäre auch vielleicht auf eine heimliche Corona-Party gegangen. In meiner jetzigen Lebenssituation sehe ich das halt komplett anders und verstehe, dass die Politik sagt, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt offensichtlich keinen anderen Weg, die Leute zu ihrem Glück zu zwingen und diese Pandemie so ein bisschen runterzufahren, damit uns nicht alles auf den Kopf fällt. Das will ja auch keiner. Wir wollen ja auf keinen Fall Schulen schließen oder die Wirtschaft weiter runterfahren. Kann ich durchaus verstehen. Allerdings, die Diskussionen gehen wieder hoch, ihr kriegt das alle mit. Ich will gar nicht so einen Jammer-Podcast diesmal machen. Ihr kriegt das ja mit. Es gibt neue Anstrengungen, Soforthilfen für Künstler, für Gastronomen. Mal gucken, was nachher wirklich davon übrig bleibt und was es ist. Da habe ich ein bisschen das Vertrauen in den Staat verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil diese Soforthilfen einfach nicht gegriffen haben für niemanden in meinem Umfeld, den ich wirklich kenne, der in der Situation solo selbstständig ist und hohe Ausfälle hat. Also wenn man sich nicht selber geholfen hat oder Glück hat, aus der Familie Hilfe zu bekommen, dann ist das schon eine knackige Geschichte gewesen. Genau. Die Kita der KVB ist wieder auf. Die haben Glück, die kriegen mehr Geld. Also hat sich das zumindest gelohnt, dass die gestreikt haben. Ja, und dann arbeiten halt angesagt mit Maske. Jetzt mit Maske in Turnhallen, mit Masken in Räumen. Alle immer ständig mit Masken, teilweise sogar auf der Bühne. Ich habe es einmal durchgekriegt, ohne Maske auf der Bühne zu sein, weil ich gesagt habe, es macht keinen Sinn, diese Figur braucht unbedingt ihre Mimik. Aber mit dem Versprechen, eben nicht im Publikum zu sein, weit genug weg und nicht zu sprechen und nicht zu singen, dann hat das zum Glück geklappt. Ansonsten mit Maske, was mir aufgefallen ist, ist man riecht ja schon, man ist aber schon sehr nah an sich selber. Man riecht ja schon sehr, was man so gegessen hat und man überlegt sich auch, ob man jetzt morgens Zwiebeln zum Bettbrötchen essen soll oder nicht, wenn man weiß, man trägt den ganzen Tag Maske. Wenn man das mal vergessen hat und doch mal so ein Zwiebelbrötchen morgens gegessen hat und dann unter der Maske gemerkt, uh, das ist aber nicht so angenehm, dann denkt man sich, ich nehme mir jetzt ein Kaugummi und dann kaue ich diesen Kaugummi. Am besten noch so einen scharfen Pfefferminz-Kaugummi und dann isst man den so heimlich unter der Maske. Ist ja auch cool, sieht ja keiner unter der Maske, kann man ja auch. Und dann isst man den und dann habe ich mich aber getäuscht, weil die ganzen, wie nennt man das, Pfefferminz-Dämpfe, die gehen so durch die Maske direkt in die Augen und es brennt fürchterlich in den Augen. Scharfe Kaugummis, scharfe Bonbons unter der Maske tragen, ist irgendwie nicht das Wahre. Geht das euch auch so oder bin ich der Einzige, dem das aufgefallen ist oder dem das passiert? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich denke, ich bin an einer ganz heißen Spur daran, dass sich mit scharfem Essen verhält und dann eine Maske anzuziehen. Aber Kaugummi, Pfefferminz-Kaugummi und Maske, das ist kein Match. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Das brennt wie Hulle und sonst gar nichts. Und dann musste ich an dieses Wort denken, weil ich dann, ich habe dann dieses Kaugummi gegessen, ich merke, man läuft alles so in die Augen und mein Gesicht verzieht sich dementsprechend. Aber es sieht ja keiner. Bei der Maske kannst du ja eigentlich dich richtig gehen lassen, sozusagen. Also oberhalb der Nase musst du irgendwie dafür sorgen, dass du ordentlich aussiehst. Aber alles, was so da drunter ist, kannst du im normalen Gespräch einmal den Mund aufstehen lassen und die Zunge so in die Ecke hängen lassen. Oder gähnen halt. In der Öffentlichkeit geht plötzlich. Kann man so mal machen. Man muss nur gucken, dass man die Augen irgendwie auf Position hält und dann kann man gähnen. Und ich nenne das Phänomen Grimasken. Also man kann unter der Maske Grimassen machen. Wäre witzig, wenn sich das so etabliert, dass die Leute gar nicht mehr daran denken, wenn die Masken weg sind. Und man uns plötzlich alle nächstes Jahr erwischt, wie wir alle richtig blöd dämlich gucken, weil wir immer denken, wir sind unbeobachtet in unserer unteren Gesichtshälfte oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, bei Grimasken dachte ich auch an lustige Masken. Aber das hatten wir ja schon mit Nils und hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Kennt ihr lustige Masken? Gibt es viele Leute mit lustigen, kreativen Masken? Also ein paar wurden mir zugeschickt über Facebook. So ein paar gute Ideen mit so Tentakeldingern dran. Sowas gibt es ja schon. Aber so richtig hat sich das nicht durchgesetzt. Aber was es jetzt gibt, das kriege ich jetzt über meinen Facebook-Feed ständig angespült, sind diese Ganzkörper, ja wie soll man das beschreiben? Das ist so wie ein Rucksack, aber es betrifft nur den oberen Teil des Körpers. Also ich sag mal, ab der Brust aufwärts und hinten ist irgendwie ein krasser Filter drin und du bist quasi in so einer eigenen Kapsel. Also es sieht ein bisschen aus wie so ein halber Astronautenanzug irgendwie. Und das ist jetzt so wohl der Hype der Zukunft. Jeder in seiner eigenen kleinen Atmosphäre läuft in diesem Ding rum. Du hast so einen Zipper, so einen Reißverschluss, dass du auch reinkommst, aber dann mit, ich glaube, das macht ja keinen Sinn, weil dann kommt ja die Luft rein. Nein, da ist so ein umgedrehter Handschuh drin, sodass du auch irgendwie in der Nase popeln kannst. Wie jetzt Rauchen, Trinken, Essen darin geht, weiß ich auch nicht. Und warum es nicht beschlägt, konnten die auch nicht erklären. Aber ich kriege ständig solche Werbung für solche Dinge. Auch so Gesichtsmasken, die sehr nach Avengers aussehen, die man jetzt tragen soll beim Sport und so. Und die würden das auch alles können. Ich bin gespannt, ob sich der Trend von der Papiermaske hin zu dieser Hightech-Masken-Industrie, die, ja, ob es Corona noch so lange gibt, ob wir das noch so lange brauchen, dass man sich wirklich überlegt, ich investiere jetzt mal, ich weiß gar nicht, was die kosten, die Dinger. 200 Euro? 100 Euro? 1000 Euro? Keine Ahnung. Aber das, äh, das wäre schon spannend. Ob sich das irgendwann durchsetzt. Man kann ja kein Eis essen, man kann ja gar nichts machen in der Öffentlichkeit. Du bist halt nur in deiner, in deiner Kapsel, Kaspel, schweres Wort, Kapsel, du bist in deiner Kapsel. So, was ist noch passiert? Die Zeit wurde gedreht, ihr seht draußen, es ist, ähm, zappenduster, stockdunkel und sowas. Kommt ja oft gern einher mit so einem, ähm, ja, mit so einem Winterblues, ne? Man denkt sich, ey, am liebsten würde ich einfach nur Winterschlaf machen. Lasst uns doch alle in einen Krypto-Schlaf gehen. Und wenn Corona vorbei ist, dann, dann weckt ihr uns wieder auf. Ne, Moment. Wird das nicht funktionieren, wenn wir alle zwei Wochen in Krypto-Schlaf gehen? Dann wäre Corona doch, hätte doch nichts mehr zum Angreifen. Wir brauchen nur einen, der uns aufweckt. Wenn es keiner mehr aufweckt, dann, äh, dann ist auch egal. Vielleicht könnte das auch den Klimawandel besiegen. Alle müssten halt mitspielen. Es müsste so sein, dass auch die Chinesen und alle aufhören mit produzieren. Also man sagt, hey, wir, ich glaube, ich hatte schon mal den Gedanken, ganz am Anfang, äh, als diese erste Corona-Welle losging, zu sagen, ey, wir halten jetzt alle mal zwei Wochen die Füße still. Auch die Wirtschaft. Wir arbeiten nicht. Und dadurch läuft dann auch keiner dem anderen weg. Versteht ihr, was ich meine? Dann, dann gibt es keine Ungleichheit. So, dann kann man sagen, ja, aber wir können nicht jetzt Lockdown machen, weil die Chinesen produzieren weiter und dann verlieren wir so viel Anschluss in den Firmen, in diesem Wirtschaftswettbewerb. Und dann sagen, nee, wir halten alle die Füße still. Zwei Wochen machen wir nix. Äh, die Regierung gibt frei Netflix und, weiß ich nicht, bisschen Dosenfutter. Und dann mummeln wir uns alle ein. Man schläft oder man, ja, richtig Kryptoschlaf geht wahrscheinlich nicht, ist zu aufwendig. Aber so zwei Wochen weltweiter Lockdown. Die Erde steht kurz still. Und dann wäre das, glaube ich, vielleicht hart, aber viel effektiver als dieses Häppchenweisen-Ding. Das kommt einem irgendwie ein bisschen komisch vor. Weil der Gedanke liegt ja auch nah. Ich kann mir vorstellen, dass durch diesen Soft-Lockdown jetzt im November die Zahlen irgendwann runtergehen werden. Wie wir gelernt haben, wahrscheinlich in zwei Wochen. Aber wenn es dann wieder aufgeht, dann geht es ja eigentlich wieder von vorne los. Also es löst ja immer noch nicht das Problem, dass dieses Virus quasi unverhindert sich verbreitet. Und die Leute werden ja auch dann, wenn es wieder sich entspannt und wenn Theater und Schwimmbäder und alles Mögliche wieder öffnet, werden die Leute ja trotzdem wieder zu 20 in einer kleinen Eckkneipe sitzen. Und wieder werden sie illegale Partys machen. Und wieder werden sie, ähm, ja, auch sagen, ich glaube nicht dran. Und wir, ich mische mich trotzdem unter, äh, so. Ich glaube, das Problem ist einfach nur verschoben erst mal. Ich sehe keine Lösung. Oder ich sehe noch kein, ja, keine gute Idee, wie wir das besser machen können, ab dem Moment, wo es dann im Dezember weitergehen soll. Ach so, wegen der Haare. Keine Mütze heute, keine, keine Cap. Mein Vater hat sich gewünscht, ähm, ich soll mal meine Haare zeigen. Er meinte, ich habe immer die Mütze an und ich habe doch so viele Haare, ich soll die zeigen. Auch wenn sie durcheinander wären. Deshalb hier die Haare, so sehen die Haare aus, wenn sie den ganzen Tag unter der, unter der Mütze vor sich her gammeln. Aber ich mag Mützen. Ich habe das Gefühl, es hält meine Gedanken zusammen, hält mein Gehirn zusammen, hält alles zusammen. Ja, weitere Absagen. Ähm, mir musste ein Gast absagen, aber der ist nicht schlimm, weil wir haben das verlegt in den Dezember. Was auch eigentlich praktisch ist, weil wir hatten vor, über Zoom miteinander zu sprechen. Das machen wir jetzt im Dezember. Ich werde aber noch nicht verraten, um wen es geht. Und genau, ich gehe jetzt die nächsten zwei Wochen wieder arbeiten. Allerdings arbeite ich nicht zu Hause, nicht in Köln. Das heißt, ich bin in Deutschland unterwegs und weiß jetzt eben nicht, wie es mit dem Kanal weitergeht. Ich habe einen Plan, ich nehme relativ viel Equipment gerne mit, sodass ich auf jeden Fall Videos machen kann, vor allem Jongliervideos, weil da habe ich ganz viele Ideen mittlerweile angesammelt und gerade einfach wenig Zeit gehabt, weil das braucht einfach noch mal mehr Zeit, als ich abends hinsetzen und einen Podcast aufnehmen und noch mal mehr, ähm, ja, Raum und irgendwo hinfahren und beleuchten und das ordentlich machen und danach nochmal der Schnitt ist nochmal deutlich aufwendiger. Das heißt, dafür brauche ich Zeit und ich denke mir, ich hoffe, dass ich jetzt unterwegs irgendwie Zeit habe, mehr Videos zu drehen und dann zurückzukommen und wieder regelmäßig auch wöchentlich neue Videos für euch. Hier auf dem Kanal dann bereitzustellen. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben mit Airbnb unterwegs. Also ich habe zum ersten Mal eine Airbnb-Unterkunft. So ganz habe ich das System noch nicht durchblickt. Das sind, soweit ich weiß, im meisten Fall Privatleute, die ihre Wohnung ja hergeben, vermieten. Aber ganz viele von diesen Wohnungen sind eigentlich nur Airbnb-Wohnungen. Also sie stehen sonst leer. Ja, die sind nur da und das Jahr über kommen da Leute rein und nehmen sich das als Ferienwohnung oder so, wenn die beruflich unterwegs sind oder eben das Hotel sparen wollen. Und es ist wirklich kostengünstiger. Es ist krass, der Unterschied so preislich. Allerdings weiß man eben nicht, was einen so erwartet. Klar gibt es ganz viele Bewertungen. Das ist auch cool. Ich habe mich das jetzt mal getraut, weil ich dachte, Hotel nehmen ist zwar schön, es wäre auch schön, mal einfach im Hotel zu entspannen. Aber was ist denn ein Hotel in einem Lockdown-Light? Das ist doch nichts wert. Da kann man nicht ins Schwimmbad gehen, man kann nicht in diese Fitnessräume rein, man kann vor allem nicht ins Restaurant vom Hotel gehen und davon profitieren. Oder wie funktioniert Frühstücksbuffet im Hotel jetzt? Keine Ahnung. Und da dachte ich, nee, das ist vielleicht besser, in so einer Phase, in so einer Zeit, eine Küche zu haben und einen Kühlschrank zu haben und irgendwie Selbstversorger sein zu können. Und jetzt probiere ich das zum allerersten Mal aus deiner wildfremden Wohnung. Habe mir aber gleich die ganze Wohnung gemietet. Habe dann gesagt, gut, dann, wenn das schon so ein Preisunterschied ist, muss ich jetzt auch nicht die allerbilligste, kleinste Butze nehmen. Ich habe sehr, sehr gerne ein WG-Zimmer genommen. Hat aber dann nicht geklappt, weil ein anderer Job abgesagt wurde, dann musste ich wieder tauschen zu einem anderen Ort. Das ist aber egal, lange Geschichte. Jetzt habe ich eine Wohnung, eine ganze Wohnung und hoffe, dass die Deckenhöhe entsprechend ist und dass ich da, wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme, nach Hause, in die Wohnung komme, wo nicht meine Frau, mein Kind auf mich wartet, sondern niemand auf mich wartet, Zeit und Lust empfinde, dort Jonglier-Tutorials zu drehen und aufzunehmen. Vielleicht auch einen Podcast. Vielleicht in der zweiten Woche tatsächlich auch einen Podcast. Das bedeutet für den Kanal, dass ich gerade mein Regelmäßigkeitsversprechen im November nicht einhalten kann. Ich versuche auf jeden Fall, weiterhin einmal die Woche einen Podcast rauszubringen. Ich werde auf jeden Fall im November mindestens zwei Jonglier-Tutorials noch rausbringen. Ich hoffe mehr. Ich hoffe, es werden drei. Also ab nächster Woche dann einfach die Regelmäßigkeit, jede Woche einen rauszubringen. Aber ich kann es eben nicht versprechen. Die Zeiten sind turbulent. Ich muss manchmal spontan auch zugreifen, wenn ich eine Möglichkeit habe, arbeiten zu gehen, irgendwo Geld zu verdienen. Dann muss ich meine Zeit gerade darin investieren. Wenn das alles gut klappt, habe ich meine Zeit so gut investiert, dass ich im Dezember nicht verreisen muss und auch deutlich mehr Off-Tage habe, wo ich mich den ganzen Tag eben dann auch dem Kanal widmen kann, worauf ich mich sehr freue tatsächlich. Ich habe gemerkt, dass mir das unglaublichen Spaß macht. Das Feedback von euch, der Austausch über Jonglage. Es macht auch viel mit mir. Ich jonglier viel mehr wieder. Ich habe viel mehr Lust wieder am Jonglieren durch diese Aktionen bekommen. Von daher hat sich das jetzt schon gelohnt, dieses halbe Jahr. Und hey, ich habe noch gar nicht gefeiert. Fällt mir gerade ein. 300 Abos auf YouTube. Vielen Dank. 300. Das sind mittlerweile schon 304. Ich hatte gar keine Chance, die 300 eigentlich zu feiern. Da waren es schon 304. Vielen, vielen Dank. Das motiviert natürlich enorm, dass ihr dabei seid, dass ihr ein Abo dalasst und euch auf die nächsten Folgen immer wieder freut. Gerne wünsche ich mir mehr Kommunikation. Ich habe immer schon auch den Gedanken verspürt, eine Live-Podcast zu machen. Das wäre vielleicht so eine Gelegenheit von unterwegs, einfach mal so einen Livestream zu machen. Sag ruhig Bescheid, wenn ihr Bock drauf hättet, auf so einen Austausch. Ihr könnt ja dann auch Fragen stellen oder Wünsche für Tutorials gerne rausgeben, solche Sachen. Das wäre dann alles möglich. Das sind so Gedanken, mit denen ich spiele und so soll es irgendwie weitergehen im Podcast. Nichtsdestotrotz habe ich sehr, sehr viele Gäste in der Pipeline, die einfach jetzt auch mal kommen müssen. Corona macht es jetzt gerade nicht einfacher und weil ich jetzt nicht hier zu Hause bin und im Studio aufnehmen kann, wird das dann eher so spontan und wahrscheinlich jetzt mit dem Lockdown auch die ein oder andere Zoom-Folge dann wieder geben. Was wird es sonst noch geben? Es gibt Wahlen in Amerika, relativ bald. Heute ist der fast Halloween. Das heißt, in drei, vier Tagen wählen die Amerikaner hoffentlich dann einen demokratischen Präsidenten, damit wir zumindest in der Richtung ein bisschen aufatmen können, das wäre der ganzen Welt zu wünschen, dass Donald Trump diesmal nicht die meisten Stimmen bekommt oder sich da durchgemogelt kriegt. Aber auch da würde ich jetzt nicht meine Soforthilfe drauf erwetten. Ich lasse mich da. Ich bin diesmal zurückhaltend. Ich werde da keine Prognose abgeben und werde mir das angucken. Ich finde das irgendwie immer faszinierend, schon diese US-Wahlen. Ich habe das immer schon gern verfolgt, auch im Fernsehen. Ich mag auch diesen Tamtam drumherum. Der fehlt mir manchmal, der fehlt mir hier nicht, würde ich nicht sagen, aber irgendwie das passt so zu den Amerikanern. Und da geht natürlich dann auch so ein gewisser Reiz da heraus. Und vor allem dann eben die Jahre und den Wechsel, Clinton, Bush, Obama und so, fand ich irgendwie spannend. Und ich bin sehr gespannt und ich würde auch ganz gerne dann nochmal irgendwie schaffen die Anni Küpper aus Amerika, vielleicht sogar nächste Woche. Anni, wenn du das hörst, du weißt noch nichts davon. Aber ich hätte Lust, dich mal wieder zu sprechen und ein bisschen so die Stimmung vor Ort mal so aufzunehmen, dass wir die hier mal besprechen, wie geht es gerade den Amerikanern. Bis dahin ist vielleicht schon gewählt und klar, wer Siegel ist, vielleicht aber auch nicht. Und ich dachte, vielleicht wäre es toll, nochmal mit unserer Jonglier-Korrespondentin Anni Küpper zu sprechen in dem Podcast. Habe ich mir zumindest mal so gedacht, dass das eine Option wäre, das bald zu machen. Und dann die letzte News für euch. Was geht sonst noch am Sonntag? Also wahrscheinlich hört ihr diesen Podcast am Samstag. Das heißt, würde ich sagen, morgen, am Sonntag, den 1. November, falls ihr es irgendwann anders hört, 1. November 2020 im ZAK hier in Köln, gebe ich einen Workshop von 10 bis 13 Uhr, der heißt, wie moderiere ich eine Live-Show? Und ich glaube, letzter Stand ist, dass noch zwei freie Plätze da sind. Also, wenn ihr Interesse habt, meldet euch auch gerne kurzfristig an. Wenn ihr euch über das Online-Formular nicht mehr kurzfristig anmelden könnt, dann kommt einfach so vorbei und wir melden euch nachträglich ein. So, irgendwie wird das auf jeden Fall schon funktionieren. Da gibt es also noch zwei Plätze frei. Da freue ich mich sehr, dass dieser Workshop noch in der Nicht-Lockdown-Zeit ist. Gott sei Dank. Und dementsprechend der stattfinden kann. Und ja, der wird auf jeden Fall hoffentlich noch öfters stattfinden. Und wenn da Interesse ist, was ich auch schon gehört habe, gibt es vielleicht auch irgendwann eine Online-Version von diesem Moderations-Workshop, was ja auch irgendwie so ein bisschen in meinen Expertisen liegt. Ja. Das war es, glaube ich, von all dem, was ich so aufgeschrieben habe, was ich mir so gemerkt habe, was ich loswerden wollte, eben vor allem euch zu sagen, warum es gerade so ein bisschen dürr ist auf dem Kanal, warum es bald wieder mehr wird, warum es mir gut geht eigentlich gerade. Obwohl Lockdown ist und ich trotzdem irgendwie Perspektiven sehe, dass es weitergeht. Habe gerade ganz viele Ideen, auch wie das nächste Jahr weitergehen soll, vor allem auf der künstlerischen Ebene. Habe vor, jetzt nochmal einen Förderantrag auch zu schreiben, im Dezember, nur für mich und für eine Forschung, die ich gerne machen möchte, so dass ich da irgendwie optimistisch bin, dass ich mir genug Arbeit irgendwie zu, auf mich drauflegen kann, dass es mir nicht langweilig wird und versuche euch dann auch weiterhin mit spannenden Gästen zu versorgen, spannenden Themen zu versorgen und hoffentlich unterhaltsamen und spannenden Tutorials hier auf dem Kanal. Das soll es also gewesen sein, kleine Kurzform, ein Solo heute vom Podcast ist echt nicht einfach. Das war die Folge 34. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, hören uns wieder nächste Woche, dann mit einer neuen Folge. Podcast ist echt nicht einfach. Podcast ist echt nicht einfach. Podcast ist echt nicht einfach. thin